BELWETCH! Wie geht's euch Leute? Ich hoffe super. Ich hab Bock um noch ein bisschen Mittel heute Leute. Sonst zockt man halt ein bisschen Arcadi. Seh ich mich. Oh shit, oh shit, oh shit. Hä? Das war ja weird. Geht ja gut los hier. Ein bisschen Kackstart jetzt hier, dass ich da nichts bekommen hab. Okay, wildes Game hier am Anfang. Wichtig. Oh, der Jogi hat schnell links überlebt, der Morde. Oh, krieg ich die Ken noch? Ach, da hab ich. Ich krieg nur Assists hier. Ist doch scheiße. Oh, die sind ganz viele Soziopathen. Ja, irgendwas haben die auf jeden Fall weg. Irgendeinen Knacks. Wenn ich da Level 6 hätte, dann kann ich ihn killen. Ein Minion noch. Wir gehen mal Base jetzt. Wir können ihn auf jeden Fall töten gleich. Wenn er nicht respekten sollte. Ich hab ja leider keinen Flash bekommen oder sowas. Meine E-Leiter geblockt bekommen. War stark von ihm. Oh, das war so gut von mir. Aber ich krieg hier nicht ganz. Ah, f***, hätte ich ihn killen können. Glaub ich, wenn ich es noch ein bisschen besser spiele. Wer ist er denn, Alter? Schönen Blubber fangen wir sogar noch. Aber wir sind jetzt ultra fett, Leute, wie man im Fachschirm sagt, ne? Wo hängt der denn jetzt so eigentlich gerade rum? Ich kann ihn schon ziemlich one-shotten, ne? Frech unterwegs, die Samira hier. Oh, sie kennen gemisst? Ich dummkopf. Aber wir holen uns mal mit MLG, oder? Alter, den hab ich ja komplett gerippt, äh, gerackt. Boah, nice. Das war geil. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir auch noch mal eine Lücke gehabt, hier. Oh, wer ist er denn, Alter? Jetzt alle meine Snacks weg. Ich hasse Mage-Eyes, Leute. Mage-Eyes ist ein Kacke-Item. So, brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Slack-Aufbau hier, ne? Ja, bei Mage-Eyes einfach dazu ist halt wirklich so, ne? Oh, stark. Oh, die Wave hier sieht aber auch sehr lecker aus, ne? Oh, die sieht ganz, ganz lecker aus, Leute. Da stechen wir mal ein paar Mal rein hier. Und das ist mein Team-Eyes schon wieder so f***ing toxic, Alter. Steht 33 zu 22. Wir haben zwei Drakes. Mir die Wege zu gehen. Plus vier. Ja, das wird ein bisschen schwierig hier doch durchzukommen. Aber wieder plus vier. Das ist sehr deep hier. Also, wirklich sehr deep. Plus vier. Plus vier. Hier noch wegkommen. Und ihr habt ihr ultert. Ayolo, komm, hat dann... Er hat... Und wieder alle weg. Komm, Killian. Nochmal plus zwei. Jawohl. Was wäre dein Advice für kleine Streamer? Hatten wir gestern schon ein bisschen drüber geredet. Ich würde sagen, such dir irgendwen am Anfang mit dem du zusammenzockst, damit du ein bisschen was zu reden hast. Weil ich glaube, wenn du so gar keine Zuschauer anfangen hast, einfach so die Kammer so für sich selbst zu reden, ist ein bisschen schwierig. Weil du mit irgendeinem zusammenzockst, ist das einfacher. Und dann Freunde fragen, ob du deinen Stream einschaltest, damit du ein bisschen von diesen 0 bis zu 1, 2 Zuschauern wegkommst. Ich glaube, das ist so einfach, was du machen kannst. So einen kleinen Headstart. LW raus. Hier kommt ein Yurik ran gelaufen. Sie sind meine Stacks schon wieder. War mal super langweil, wenn jemand im Chat kommt, wenn man irgendwie darauf reagieren kann. Ja, das ist auf jeden Fall das, was einem Stream auch am meisten Spaß macht, im Chat zu interagieren. Und wenn du einen aktiven Chat hast, ist es die halbe Miete. Irgendwie sauer, die alle sind im Chat, Alter. Da mache ich leider gar nichts. Die sind alle so wütend, ne? Die sind alle so wütend. Das ist so crazy. Deshalb brauchen wir noch ein bisschen Magic Penetration, I guess. Ey, ich soll halt dritte Seite in den Voidstaff bauen, sondern die haben alle schon ein bisschen was, ne? Okay, da habe ich übel Missplay, aber ich bin viel zu weit vor ihm. Stimmt, plus vier Majors. Woher haben diese Pings immer, Alter? Ach so, ich gehe jetzt zum Enden. Na gut. Warte mal, Voidstaff. Tripplus Kilos. Oh, gegen Fizz, Leute. Habe ich für einen Jungler wie Ego, okay. Oh, der macht mich aber gerade ein bisschen kaputt mit den Trades hier. Oh, der überlebt das, Alter. Das gibt's nicht! Dass der das schon wieder überlebt mit einer P. Denkweise habe ich auch nur eine P. Nichts Mushrooms hier, Alter. Seid doch nicht so! Seid doch nicht so! Oh, shit. Wenn man es die erste, muss ich sagen, könnte man noch ein bisschen proben gerade hier. Na komm, wir bleiben, wenn die Welt das sagt. In den 2000er waren es schon geile Songs teilweise. Easy position. Billwitch! Doppelte Tötung. Oh, so ein blauer Verstärkungszauber. Wäre ich ja so geil dankbar, wenn ich jetzt den kriegen würde, ne? Und meine Bellwiff mir den gibt. Das wäre so schön, ne? Ja? Ja? Oh, hä? Ey, helft mir doch mal hier. Ich zieh den jetzt hier durch. Bleib stehen! Alarm! Ja, nächstes Mal dive'n wir da mit rein. Kein Problem, Bro. Ich habe ein Glück, kann man so delusional sein, ey. Nein, ist ein weiterer Win im Buche. Der Padilla geschieht einmal oder so, glaube ich. Aber nicht so mein Game. Ich bin ein Glück.